Dann geben es sich wieder Spass und auch Motivation durch das Let's Play, durch die Let's Plays für immer. So, ich mache kurz Pause, weil ich muss mal meine Rücken wieder strecken und so. Dann geht es weiter mit der neuen Stadt, bis dann. So, ich bin bei der Stadt, jetzt können wir hier wieder weiter questen. Und die Reichsquests mache ich nicht mehr, weil meistens führt das in das Dorf ganz links und, oh je, naja, kein Bock damit. Wir können hier sehr gut auch so questen. Hier muss ich irgendwas... Was muss ich hier? Okay, let's cope. Was ist das? No, German mostrarstuh. So, ich mache nichts mehr, weil du bist da. Der darfst mir in der Tür. Du bist da. Ich mache nichts mehr, wenn ich mich zum Beispiel. Ich mache nichts mehr, wenn ich mich, wenn ich dich nicht mehr dabei bin. Ich mache nichts mehr, wenn du jetzt nicht mehroton. Ich mache nichts mehr, wenn du nicht mehr bist. Du bist gut. Ich mache nichts mehr, wenn du jetzt nicht mehr. Okay, gehen wir kurz zurück. Und dann geben wir dort die Quester. Schön, dass wir einfach. So, gehen wir zurück. Und dann nehmen wir zur neuen Stadt. Ja, was geht es noch zu erzählen? Ja, bei Part of Exe bin ich jetzt weiter. Also ich habe noch einen neuen Charakter erstellt. Eine Lightning Arrow Rangerin. Die hat richtig fette Damage. Die macht richtig fette Damage und ist viel schneller. Ich hoffe, dass mit der schaffe ich dann auch Domi auf Krill. Und ja. Ich spiele wieder Diablo 2 erst in Sun Mod. Dort mache ich gerade einen Boner zum Testen. Vielleicht mache ich dann einen Let's Play mit dem Boner. Also mit einem neuen Boner dann. Der mit Bone Wall angreift. Richtig starke Attacke. Leider ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Aber dafür ist der AOE richtig fett. Ja. Also momentan läuft es sehr gut. Ich fahre mich auf die Schlachten dann. Da mache ich jetzt ein bisschen vorwärts. Es kommen halt viele Parts. Aber ich hoffe, es nervt euch nicht oder so. Und ihr dürft natürlich auch dabei sein. Momentan mache ich nicht um 8 Uhr, sondern um 16 Uhr. Da ich 8 Uhr einfach viel zu müde bin. Weil ich meistens um 3 Uhr morgens aufstehe oder so. Weil ich nicht schlafen kann wegen dem Rücken. Und ja. Diese Rückenprobleme, die nerven schon. Keine Ahnung was es ist. Ich muss zum Doktor, zum Spezialisten. Zum Schiropraktiker. Und hier müssen wir was. Das ist aber ein schlechter Stahl. Also gehen wir... Ich bin, weil es nicht so gut ist. Ich bin, weil es nicht so gut ist. Das ist am besten. Wie ist der Albino Bär? Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Ja, toll. Gibt's nicht. Ja, toll, wenn's keine gibt. Haha, noch rechtzeitig. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. So, 6. That's an obvious thing, that is rude. I don't have any items anymore, I don't know, but I don't have any items anymore. I don't have any items anymore. So... So... I don't have any items anymore. I don't have any items anymore. Nice. 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 Nice.